Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen zum virtuellen Deutschunterricht für die dritte Klasse Mittelschule, achtes beziehungsweise elftes Lernjahr. Mein Name ist Ragana Jurel-Pergomet und ich bin eure Deutschlehrerin für heute. Das Thema der heutigen Stunde ist Sport. Ohne Fleiß kein Preis. Das sind unsere Lernziele der heutigen Stunde. Informationen aus einem Video, Hörtext zum Thema Sport entnehmen, den Leistungsdruck beim Sport begründen, ein Interview gestalten und Informationen aus einem Interview zusammenfassen und präsentieren. Und was braucht ihr für diese Stunde? Ihr braucht ein Heft oder ein Blatt Papier, etwas zum Schreiben, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und ihr braucht einen Computer und ein Handy oder ein Tablet mit Internetzugang. Ihr könnt das Video jederzeit stoppen, um eine Pause zu machen. Das Vakuum-Trenum muss ich pausieren. Wie schon angekündigt, unser Thema ist Sport und folgende Wörter, wie zum Beispiel Ausdauer, Wettkampf, Fleiß, Aufregung, Medaille werden oft mit Sport verbunden. Stoppt jetzt bitte das Video und überlegt mal. Was denkt ihr? Wann werden diese Wörter mit Sport verbunden und warum? Und habt ihr euch überlegt, warum verbindet ihr diese Wörter mit Sport? Hier sind einige Assoziationen, wahrscheinlich hattet ihr ähnliche. Also, beim Sport muss man Ausdauer bzw. Durchhaltevermögen haben, man darf nicht aufgeben. Ein Sportler möchte Erfolg haben und dafür belohnt werden, eine Medaille gewinnen. Wettkämpfe sind auch ein Teil des Sports und man möchte seine Fähigkeiten mit anderen Sportlern abmessen, besonders die Leistungs- und Profisportler. Jeder Wettkampf bringt Aufregung mit sich. Man ist nervös und hat Lampenfieber. Aber was auch ein Teil des Sports ist, ist der Fleiß. Der Fleiß und der Ehrgeiz sind für viele Menschen charakteristisch, die viel Sport treiben. Auch wenn sie keine Profi oder Leistungssportler sind. So kommen wir zu der nächsten Aufgabe. Jetzt seht ihr ein Video Leistungssportler unter Druck. Ein Interview mit einer Leistungssportlerin. Macht jetzt bitte eine Pause. Seht euch das Video an und beantwortet bitte die zwei Fragen. Wer spricht im Video? Was macht sie? Das Video eröffnet ihr, indem ihr den QR-Code scannt oder den Link kopiert. BIT.LY-Leistungssportler L groß geschrieben Ihr habt das Interview gesehen und die Fragen beantwortet. Im Video sehen wir Bente Pflug, eine Eisschnellläuferin. Sie ist Leistungssportlerin und ist im Nationalkader. Sie trainiert für die Olympischen Spiele in Peking 2022. Nachdem ihr schon einige Informationen über Bente Pflug und Leistungssportler gehört habt, solltet ihr das Interview noch einmal sehen und weitere Aufgaben zu dem Interview bearbeiten. Die Aufgaben bearbeitet ihr während des Sehens. Sie sind in das Interview integriert. Um die Aufgaben zu öffnen, stoppt jetzt bitte das Video, scannt den QR-Code oder kopiert den Link. BIT.LY-Leistungssportler L groß geschrieben minus HSV Ihr habt jetzt noch mehr Informationen über die Leistungssportler, wie oft sie trainieren und warum, sowie was sie nach oben treibt. Macht jetzt bitte wieder eine Pause und bearbeitet folgende Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Zu dem Arbeitsblatt kommt ihr, indem ihr den QR-Code scannt oder den Link kopiert. BIT.LY-Leistungssportler L groß geschrieben minus HSV 1 In der Aufgabe sollt ihr entweder die Sätze mit einem Strich verbinden oder einfach den Buchstaben von dem entsprechenden Satz in die Tabelle eintragen. Die Aufgabe habt ihr sicherlich erfolgreich gemeistert, wie auch die Aufgaben davor. Im Hörtext sind auch einige neue Wörter vorgekommen. Jetzt braucht ihr euer Heft oder ein Blatt Papier und etwas zum Schreiben. Also, das sind die neuen Wörter. Der Erfolg ist ein positives Ergebnis einer Bemühung. Der Leistungsdruck Der Druck, Erfolg haben zu müssen. Man sagt, unter Leistungsdruck stehen. Ob der Retschen uns zu успех haben. Der Leistungssportler Ein Sportler, der oft und viel trainiert und bei den Wettkämpfen gute Leistungen bringen will. Wachunski Sportasch Der Spitzensportler Ein Sportler, der zu den Besten gehört. Također Kazimo Wachunski Sportasch Das Durchhaltevermögen Die Fähigkeit, etwas zu Ende zu machen Die Ausdauer Ist der Schliwust Der Kader Sportlerinnen bzw. Sportler, die für ein Spiel oder einen Wettkampf in Frage kommen. Momchat, Team Also wir sagen, Pente Pflug gehört zum Kader der Olympiamannschaft. Pente Pflug Ihr Dio Thema Sa Olympiske Igre Die Förderung Die finanzielle Unterstützung Potpura Sich beweisen Zeigen, dass man etwas kann Tokazetise Die Sportler müssen sich in einem Wettkampf beweisen. Bei etwas dabei sein Bei etwas mitmachen Sudialoati uneccemo Zum Beispiel Bei den Olympischen Spielen dabei sein Eine Karriere aufbauen Sie können weder den QR-Code scannen oder den Link kopieren. Also Bei jeder Aufgabe Stoppt bitte das Video und bearbeitet sie. Bei der Aufgabe 1 Sollt ihr die Wörter mit den Erklärungen verbinden. Der Link für die erste Aufgabe lautet Bit.ly Schrägstrich S-Großgeschrieben S-Großgeschrieben Die Aufgaben zum Einüben des Wortschatzes waren gar nicht so schwer, oder? Ihr habt sie bestimmt problemlos bewältigt. So können wir weitergehen und sehen, welche Strukturen braucht ihr, um eure Absichten und Ziele auszudrücken. Jetzt sollt ihr das Video wieder stoppen und die folgenden Sätze in euer Heft abschreiben. Wenn ihr die Sätze abgeschrieben habt, sollt ihr die Strukturen in den Sätzen markieren, wie in den Beispielen. Ihr könnt jetzt eure Sätze mit der Lösung vergleichen. Die Strukturen im ersten und im dritten Satz waren bereits markiert. Im ersten Satz handelt es sich um die Infinitivkonstruktion, um zu Bente Pflug ist eine Schnellläuferin und trainiert bis zu fünfmal die Woche, um zu den Spitzensportlern zu gehören. Die gleiche Konstruktion finden wir im Satz 2. Jedes Jahr müssen sich die Leistungssportler neu beweisen, um ihren Status im Team nicht zu verlieren. Und im Satz 5. Bente Pflug trainiert jetzt schon intensiv, um an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teilzunehmen. In den Sätzen 3 und 4 finden wir die Konjunktion damit. Bente Pflug muss gute Leistung zeigen, damit sie die finanzielle Förderung und ihren Kaderstatus nicht verliert. In dem Satz 4. Einem Leistungssportler soll ein Team zur Seite stehen, damit er eine Niederlage oder eine Verletzung schneller bewältigt. Mit diesen Strukturen drückt man also die Absichten bzw. die Ziele aus. Man erklärt oder begründet, warum und wozu man etwas macht, was im ersten Satz erwähnt wird. Noch einmal als Zusammenfassung. Finalsätze geben eine Absicht oder ein Ziel an. Die entsprechenden Fragewörter lauten. Wozu? Mit welcher Absicht? Es gibt zwei Möglichkeiten, Finalsätze auszudrücken. Eine Möglichkeit wäre als Infinitivkonstruktion mit um zu. In diesem Fall muss das Subjekt im Hauptsatz mit dem Nebensatz identisch sein. Wie in den Beispielsätzen. Jedes Jahr müssen sich die Leistungssportler neu beweisen. Die Leistungssportler verlieren ihren Status im Team nicht. In beiden Sätzen ist das Subjekt die Leistungssportler. Dann entfällt das Subjekt in der Infinitivkonstruktion und der Infinitiv steht am Ende des Satzes. Um leitet die Infinitivkonstruktion ein. Zu plus Infinitiv schließt den Satz ab. Beide Sätze sollten mit einem Komma voneinander getrennt werden. Jedes Jahr müssen sich die Leistungssportler neu beweisen, um ihren Status im Team nicht zu verlieren. Swage Godine vrkonske Sportaše mora ju se iznova dokazati, ako ne bi izgubili svoj Status u Teamu. Die andere Möglichkeit wäre, als Nebensatz mit der Konjunktion damit. Die Variante mit damit muss immer benutzt werden, wenn das Subjekt im Hauptsatz mit dem Subjekt im Nebensatz nicht identisch ist. Dann folgt also immer ein Nebensatz mit Subjekt. Leistungsdruck im Spitzensport ist eine Motivation und ein wichtiger Teil des Ganzen, damit die Spitzensportler sich immer wieder neu beweisen. Im ersten Satz ist das Subjekt leistungsdruck im Spitzensport und im zweiten Satz ist das Subjekt im Spitzensportler. Obterechnos zu успiehom u vrkonskom Sportu motivacija je i važan dio Cieline, kako bi se vrkonske Sportaše ujek iznova dokazal. Ein final Satz mit damit kann immer gebildet werden, auch wenn die Subjekte identisch sind, wie ihr in diesem Beispiel sehen könnt. In beiden Sätzen wird von Bente Pflug gesprochen. Hier haben wir einen Satz, der als Nebensatz mit damit gebildet wurde. Bente Pflug muss gute Leistung zeigen, damit sie die finanzielle Förderung und ihren Kaderstatus nicht verliert. Und als Infinitiv Konstruktion wird um zu, der gleiche Satz. Bente Pflug muss gute Leistung zeigen, um die finanzielle Förderung und ihren Kaderstatus nicht zu verlieren. Als Infinitiv Konstruktion ist das Satz ohne Subjekt. Körzer. Wir haben jetzt die Bildung von finalen Sätzen gekleert. Hier sind noch einige Aufgaben zur Festigung der Strukturen. Stoppt jetzt bitte bei jeder Aufgabe das Video und bearbeitet sie. Zuerst solltet ihr die Aufgabe 1 machen, in der ihr nur passende Satzhälften miteinander verbinden sollt. Scannt bitte den QR-Code oder kopiert den Link. In der Aufgabe 2 sollt ihr auch die Sätze verbinden, indem ihr den zweiten Satz zu einer Infinitiv Konstruktion mit um zu, wenn es möglich ist, umformuliert oder einen Nebensatz mit der Konjunktion damit bildet. Wie hier im Beispiel. Eure Sätze könnt ihr am Ende überprüfen, indem ihr auf Finish klickt und eure Sätze mit der Lösung vergleicht. Scannt bitte wieder den QR-Code oder kopiert den Link. In der Aufgabe 3 sollt ihr eure Sätze schreiben. Ihr habt hier Satzanfänge und ihr sollt eure Ziele und Absichten zum Thema Sport ausdrücken. Schreibt bitte eigene Sätze in euren Heft. Ihr habt bestimmt alle Aufgaben problemlos gemeistert. Aber wie war die letzte Aufgabe? War es schwer, eigene Absichten und Ziele auszudrücken? Wie könnten eure Ziele oder Absichten lauten, wenn es um Sport geht? Vielleicht haben einige von euch solche Sätze geschrieben. Ich gehe viermal pro Woche zum Training, um im Team zu bleiben. Meine Eltern machen regelmäßig Sport, damit sie mich und meinen Bruder zum Trainieren motivieren. Meine Schule organisiert viele sportliche Aktivitäten, damit die Schüler sportlich aktiv werden. Nächste Woche fange ich mit dem Joggen an, um mich auf den Schulsportwettbewerb vorzubereiten. Jugendliche sollten mehr Sport treiben, um die Übergewichtigkeit zu vermeiden. Das waren nur ein paar Beispiele. Ihr habt sicherlich auch viele großartige Sätze geschrieben. Und zum Schluss wartet noch eine Aufgabe auf euch. Ihr sollt einen Sportler oder eine Sportlerin zum Thema Leistungssport interviewen. Es kann ein Profisportler oder eine Profisportlerin sein, aber auch ein aktiver Sportler oder eine aktive Sportlerin aus der Schule oder der Nachbarschaft. Zuerst sollt ihr Fragen vorbereiten, die ihr der Person stellen werdet. Dann sollt ihr das Interview durchführen und zum Schluss sollt ihr es eurer Klasse und eurem Deutschlehrer, eurer Deutschlehrerin präsentieren. Die Ergebnisse könnt ihr als ein Video, eine Tonaufnahme oder als einen Bericht präsentieren. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Führung dieser Aufgabe. Wir sind zum Ende unserer heutigen Stunde gekommen und ihr sollt bewerten, was ihr heute gelernt habt. Was kannst du? Kannst du Informationen aus einem Video oder Hörtext entnehmen? Kannst du den Leistungsdruck beim Sport begründen? Kannst du ein Interview gestalten? Kannst du Informationen aus einem Interview zusammenfassen und präsentieren? Kannst du das gut oder brauchst du noch ein bisschen Unterstützung? Oder musst du noch üben und lernen? Ich wünsche euch allen einen schönen Tag! Bis bald! Auf Wiedersehen!